Herzlich Willkommen auf dem Messegelände in Hannover. Jährlich lockt die HMI über 200.000 Besucher hierher und wir von HiWin freuen uns schon auf ihren Besuch. Hinter mir sind die Vorbereitungen in vollem Gang und wir werfen jetzt gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen. Eins unserer Messe-Highlights sind diese Dreh-Schwenkrundtische. Dazu aber später mehr. Erst möchte ich Ihnen zeigen, wie dieser wunderschöne Messestand entstanden ist. Zehn Tage lang hat unser Team hier so einiges bewegt. Ganze elf Lkw-Ladungen, Material und Equipment mussten verbaut und installiert werden. Auf unserem 700 Quadratmeter großen Stand erwarten Sie ab Montag 60 HiWin-Mitarbeiter. Über 500 Messe-Exponate haben wir für Sie dabei und eins davon möchte ich Ihnen jetzt schon zeigen. Darf ein bisschen mehr sein? Dann empfehle ich Ihnen unsere direkt angetriebenen Dreh- und Schwenkrundtische. Die einbaufertigen und wartungsfreien Einheiten lassen sich ganz einfach in jede gängige Maschinensteuerung einbinden. So gelingt die Integration in Ihr Maschinenkonzept ganz einfach. Aus einer 3-Achs-Maschine wird im Hand und Drehen eine 5-Achs-Maschine. Und das bedeutet für Sie Mehrwert ohne mehr Aufwand. Noch eine Kleinigkeit zum Schluss. Unsere 3er Profilzienführung. Das und noch viel mehr sehen Sie bei uns hier in Halle 15 Stadt A 20. Schreiben Sie uns eine E-Mail an info at hiwin.de und sichern Sie sich Ihr Ticket für einen Ausflug ins Grüne. Wir freuen uns auf Sie. 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 Das ist aber wichtig.